So, hallo Leute, mein Name ist Fabio und heute geht es mal um ein Thema, was ich immer mal wieder ansprechen kann dementsprechend, was ich auch immer wieder in den Kommentaren beantworten muss tatsächlich, aber ich dachte mir, ich mach mal ein ganzes Video drüber, damit ich eben nicht immer diese langen Kommentare schreiben muss dementsprechend. Es geht darum, dass sehr viele Leute sich immer wünschen, dass ich irgendwelche Videos zu irgendwelchen Projekten mache und das ist auch alles legitim, das könnt ihr gerne machen, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, kannst du nicht mal ein Video zu dem und dem Projekt machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich ein Video zu dem Projekt mache, ist doch relativ gering. Wenn ihr jetzt sagt, ja mach mal ein Video über Tron zum Beispiel. Tron ist ein Beispiel, habe ich vor einigen Monaten sogar schon angekündigt dementsprechend, da wird auch ein Video kommen zu Tron. Ist ein cooles Projekt meiner Meinung nach, aber es gibt auch Wünsche zum Beispiel, was ich letztens gehört habe, ich glaube das war CS, hier Credits, dieser Coin hier ist auf Platz 318 und ich habe keine Ahnung, was diese Coin macht oder ob das überhaupt ein Coin oder ein Token ist. Ich habe von diesem ganzen Projekt keine Ahnung, 10 Millionen, Market Cap ist jetzt natürlich bzw. 9,1 Millionen sind ja noch nicht mal 10 Millionen, ist doch relativ klein und ich sehe hier, dass seit dem Listing das Ganze eigentlich relativ gut nach unten ging. Das ist eigentlich das, was ich immer zuerst hier direkt bei CoinMarketCap sehe. Wenn ich irgendein Projekt vorgeschlagen bekomme, dann schaue ich mir das erstmal bei CoinMarketCap an, klicke vielleicht mal auf die Website, aber meistens werde ich aus den ersten Blicken auf dieses Projekt nicht schlau dementsprechend. Was auch ein Problem ist, ist, dass ich dann meistens von diesen Projekten erstmal gar keine Ahnung habe. Das bedeutet, wenn ihr mir irgendwelche Projekte vorschlagt, habt ihr meistens mehr Ahnung von diesem Projekt als ich. Und ich kann mich auch nicht für über 1000 Projekte hier informieren oder 2000 Projekte, 2400 Projekte, keine Ahnung warum ich jetzt hier auf Market gezeigt habe, 2400 Projekte informieren oder noch mehr, weil es gibt ja noch mehr Projekte, sind nicht alle bei CoinMarketCap und da hört es dann auch dementsprechend auf. Ich bin nicht Vollzeit-YouTuber, ich habe auch nicht Zeit, stundenlang am Computer zu sitzen und irgendwelche Projekte, die auf Platz 200, 300 sind, mir irgendwie durchzulesen und mich dazu schlau zu machen. Würde ich tatsächlich gerne machen, aber mir fehlt einfach die Zeit. Ich habe dazu dann dementsprechend erstmal gerade keine Zeit, hier irgendwelche oder tagelang mich mit irgendwelchen Projekten zu beschäftigen und dann ist es hoffentlich auch verständlich, dass ich dann eben den Wissensstand so hochsetzen möchte, beziehungsweise den Ansporn so hochsetzen möchte, dass eben das Video dann auch gut wird und dass in dem Video dann nicht irgendwelche blöden Sachen erzählt sind oder werden, die dann dementsprechend gar nicht stimmen. Oder ich zum Beispiel euch irgendwelche Projekte empfehle, die vielleicht vom Sinn her ganz gut sind, die ihr dann irgendwie auch selber kauft und ihr dann dadurch irgendwie Verluste macht. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Moe. Er hat immer mal wieder so Sachen promotet, beziehungsweise in seinen Videos einfach mal erwähnt. Und ich glaube, er hat ein Video zu TV2 gemacht damals, das weiß ich noch ganz genau. Ist aber auch kein Problem dementsprechend. Sorry, ich musste fast husten, aber konnte man vielleicht noch gerade unterdrücken. TV2 hat er dementsprechend vorgestellt und das ist auch keine Kritik an Moe dementsprechend. Aber ich habe damals auch in diesen ICO investiert und er hat nicht so gut performt, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Natürlich ist das Projekt noch nicht am Ende. Ich glaube dementsprechend, dass es auf jeden Fall noch weitergeht mit TV2. Aber man sieht, es hat nicht mal eine Millionen-Market-Cap und das hat sich seit dem ganzen Listing auch noch nicht wirklich verändert. Das Listing war 2018. Ich glaube, der ICO war irgendwie Mitte 2018 oder so. Ich glaube, gerade als ich da mal wieder im Krankenhaus war, vor etwa einem Jahr war ich das letzte Mal im Krankenhaus. Ja, alles. Ich kann mich noch gut daran erinnern oder so. Also das war irgendwie im Sommer, denke ich mal, oder ein bisschen vor dem Sommer. Und dann dementsprechend habe ich hier in dieses Projekt investiert und das hat sich bisher nicht gelohnt. Und ich möchte einfach nicht, dass ihr genau das Gleiche macht, dass ihr in irgendwelche Projekte investiert, nur aufgrund dessen, dass ich ein Video darüber gemacht habe oder irgendein anderer YouTuber ein Video darüber gemacht hat und ihr dann dadurch Geld verliert. Das ist nicht in meinem Interesse, das ist auch nicht das Interesse von irgendeinem anderen YouTuber. Der Moe hätte sich sicherlich auch gefreut, wäre das mit TV2 besser gelaufen. Das muss man dazu sagen. Also YouTuber versuchen nicht, euch irgendwie hier in Projekte reinzubeten, wo sie genau wissen, dass das Projekt scheiße ist oder nicht funktioniert oder sich nicht so rentabel auszahlt, wie es eigentlich sollte. Aber das kann man natürlich nie voraussagen. Und wenn wir hier runtergucken, ich mache ja eigentlich nie Videos zu irgendwelchen Projekten. Gucken wir mal ganz kurz. Das Telegram ICO habe ich drüber geredet, aber nur ganz kurz und habe auch nicht rein investiert, dementsprechend. Ich habe ja über Libra geredet, dementsprechend. Aber Libra gibt es ja jetzt offiziell noch gar nicht, dementsprechend. Und wenn man so weiterguckt, hier sieht man jetzt keine Projekte, weil ich sehr wenig Videos zu Projekten mache, dementsprechend. Hier habe ich mal über Elektronium geredet. Elektronium gibt es ja als Smartphone-Miner sozusagen. Das gibt es auch immer noch. Das funktioniert auch immer noch. Aber ich habe nicht Elektronium gehypt. Ich habe nicht gesagt, Elektronium ist ein super Coin. Investiert einmal Geld rein. Mit Tron, da habe ich mal vor einem halben Jahr drüber geredet, mit diesem Faucet. Ich finde, Tron ist immer noch ein cooles Projekt, auf jeden Fall. Und dazu wollte ich auch mal ein Video machen. Dieses Video kam bisher aber auch einfach noch nicht. Seit fünf Monaten habe ich es mal gesagt und dann kam es immer noch nicht. Ja, kann man mal machen, dementsprechend. Und hier habe ich mal was gezeigt, was auf Tron basiert, auf einem Tron-Game. Aber ich habe auch nicht gesagt, investiert in Tron. Genauso mit diesem XLM-Airdrop. Ich habe nicht erzählt, dass ihr irgendwie in XLM investieren sollt, also in Stellar Lumen dementsprechend. Habe aber gesagt, hier gibt es Geld bei Blockchain.com. Also es sind immer solche Sachen. Da sollte man vielleicht mal ein bisschen drauf hören, dementsprechend, was man zu diesen Sachen sagt. Investmentempfehlungen gebe ich ja sowieso nie. Und dann sind wir hier unten schon ganz am Ende. Genauso wie Dogecoin oder so. Ich habe da mal drüber geredet, auch vor Kürzem, dass Binance eben den Dogecoin gelistet hat. Aber irgendwie, ja, habe ich auch nicht eine Investmentempfehlung gegeben für den Dogecoin. Und wie gesagt, Investmentempfehlungen gibt es ja sowieso nie. Aber es ist halt einfach immer schwer, über Projekte zu reden, weil ich halt nicht möchte, dass ihr dadurch, nur weil ich über dieses Projekt geredet habe, einen finanziellen Verlust erleidet. Sagen wir es einfach so. Und deswegen rede ich über kleine Projekte nicht. Aber man kennt es zum Beispiel, ich rede über Bitcoin. Ich rede sehr, sehr oft über Bitcoin. Hier zum Beispiel ist ein Bitcoin-Symbol. Hier, hier ist ganz viel Bitcoin. Hier, das ist jetzt das, was man augenscheinlich sieht. Aber in diesen Videos, hier ging es alle um Bitcoin. Hier ging es um Kryptozinsen. Also auch so ein bisschen um Ethereum und sehr viel, was dann auch mit reinhängt. Das mit dem Basic-Attention-Token habe ich auch nicht gesagt, investiert rein, sondern man kann mit dem Brave-Browser was verdienen. Das ist der Sinn der Sache. Hier habe ich auch über Bitcoin geredet. Also ich rede sehr, sehr viel über Projekte, die mir sehr bekannt sind und mit denen ich mich auch auskenne. Zum Beispiel sowas wie Crypto-Basics. In Playlists sind jetzt ein paar private. Ne, ich bin ja gar nicht angemeldet, dann ist es auch egal. Dann können wir mal kurz draufklicken. Es gibt hier Empfehlungen und es gibt Crypto-Basics. Crypto-Basics ist eine Playlist. Ich hoffe, dass das Video jetzt nicht startet. Doch, startet es? Crypto-Basics ist eine Serie, in der ich Basics über Kryptowährungen sozusagen erkläre. Sachen, die man wissen muss. Und zu diesen Sachen kenne ich mich natürlich aus. Zum Beispiel sowas wie, ja, was sind hier irgendwelche Einheiten von Bitcoin oder wie funktioniert Bitcoin und so ein Zeug. Habe ich hier alles dann dementsprechend erklärt, weil ich es eben weiß und nicht, weil ich mich davor irgendwie drei Stunden zu diesem Thema informiert habe. Sondern weil ich es einfach, ja, weiß und über die Jahre Erfahrungen gesammelt habe und dann dementsprechend hier mal drüber geredet habe, dann in diesen Videos. Eine Sache, die ich euch, jedem von euch empfehlen kann. Ich habe hier eine Empfehlungen-Playlist. Können wir mal ganz kurz reingucken dann dementsprechend. Ich drücke dann aber auch direkt mal Pause. Ich glaube, das erste hier ist direkt vom Jens Rabe. Und hier ist noch ganz, ganz viel anderes drin. Das ist alles über Finanzen. Es geht hier um Kryptowährungen, um Mindset-Sachen. Hier ist auch tatsächlich ein Song drin dementsprechend. Aber es sind eben lustige Videos teilweise. Also das mit dem Song ist zum Beispiel lustig. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Videos, die einfach wichtig sind vom Mindset her. Und sowas möchte ich eigentlich in meinen Videos vermitteln und nicht irgendwie irgendwelche Projekte hypen. Und ich hoffe, dass ihr das nachvollziehen könnt, was ich jetzt in diesem Video hier sage. Und dann dementsprechend einfach nicht traurig seid, dementsprechend, wenn ich irgendwelche Projekte nicht vorstelle oder keine Videos zu irgendwelchen Projekten mache. Wenn ihr jetzt aber irgendwie sagt, ja rede mal ein bisschen was über Ethereum. Das ist gar kein Ding. Ich kann über Ethereum reden, weil ich mich mit Ethereum auskenne. Ich kann auch über Litecoin reden. Das ist auch gar kein Ding. Oder Bitcoin Cash oder solche Sachen. Aber wenn es dann halt ein bisschen weiter runter geht, dann hört es halt dementsprechend auch mal mit dem Wissen in geringerer Form auf. Aber es gibt ganz, ganz viele andere YouTuber, die zu diesen Themen Videos machen. Und es freut mich natürlich, dass ihr möchtet, dass ich zu diesen Themen Videos mache. Aber das ist manchmal auch echt schwer. Und wenn ihr coole Videos zu diesen Projekten sehen möchtet, wie gesagt, geht einfach auf YouTube. Sucht einfach nach den Projekten. Es gibt sehr viele, auch größere Krypto-YouTuber in Deutschland, die über diese Sachen reden. Die sich vielleicht mit diesen Themen teilweise besser auskennen als ich. Teilweise kennen sie sich auch schlechter aus. Das ist immer ganz nach, je nachdem, kommt eben ganz drauf an. Aber ich nenne ja hier jetzt keine Namen. Und so ist es nun mal. Also das wollte ich mit diesem Video sagen. Seid auf jeden Fall nicht traurig, wenn euer Projekt nicht rankommt. Aber ich glaube, es ist sowieso besser, wenn ihr eben kein Video von mir seht, als wenn ich dann irgendwie ein Video mache, in dem ich nur scheiße rede. Also in dem ich mich einfach gar nicht auskenne mit diesem ganzen Thema. Das ist blöd. Und das möchte ich nicht. Also, ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen. War jetzt heute tatsächlich, glaube ich mal, wieder ein längeres Video. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Denk dran, unten ist so ein Abonnieren-Knopf. Kannst du vielleicht mal drücken. Wäre auf jeden Fall cool. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir, wie gesagt, noch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Und dann sehen wir uns dann.